Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Ja, ja. Hier spawnt man echt an einer ungünstigen Stelle wieder, würde ich sagen. What? Na, das nenne ich mal einen Lack. Wow. Na, schau mich an. Jawohl. Hast du fein gemacht. Und, ach, das ist noch einer. Autsch. Komm, guck, guck mich an. Guck mich an. Warte, ich komm schon, ich komm schon zu dir. Ich komm schon zu dir. Bams. Ach ja, die spawnen ja nach. Gut, dass ich da jetzt überhaupt nicht mehr dran gedacht hab. Ähm. 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 Warte mal. Ich soll, während die hier sind, soll ich da rüber. Während das da hinten verschwindet zwischendurch. Das ist, ähm, ja. Herzlichen Glückwunsch. Hoppala. Ja, verdammt. Es ist alles da. Ich hüpfe. Ich hüpfe. Ich hüpfe. Ich hüpfe. Ich hüpfe. Okay. Muss ich hier nochmal ziehen? Tatsächlich. Warum? Ich bin gerade so ein bisschen... Ach so, ich war auf der Seite wieder gespawnt. Ach jo. Ach so. Ja, so. Ja, ganz toll. Ähm. Ähm. Ich war nicht mehr auf dem Rückweg. Weil das ist natürlich jetzt geil. So, wo ist das, wo ich hin muss? Da hinten. Ihr seid so ein bisschen nervig. Also, so ein bisschen. Ne? So, so ein Hauch. Wow. Okay. Ähm. Okay. Und hup. Und hup. Ah, so. Ach so. Und hup. Ah, jo. Da ist ein... Hab ich da gerade... Da hab ich ein Loch gesehen. Ähm. Hoffentlich bereue ich das nicht. Alter. Lass mich da durch. Wo ist das hier düster? Hallo? Ah, da, da geht's lang. Okay. Verbanne das Unerfreuliche aus deinem Geist, Alice. Weise den Schmerz zurück wie das abstoßende und verdorbene. Vergessen ist eine Kunst. Vergessen ist eine... Ja, vergessen kann durchaus eine Kunst sein. Alter! Alter! Verdammt. Wo spawn ich jetzt? Ist ja nicht so, als wäre ich hier jetzt sowieso gerade ein bisschen verwirrt. Was, wo, wie, wo, warum? Okay, ich muss die ganze Krempel neu machen. Jawoll! Das ist schön. Aber okay. So, und zielen. Mach schon. So. Ähm. Ja. Ja, das wissen wir. Brauchst du mir nicht mehr zeigen. Die nächste ist... Boah, die sieht man so scheiße, ne? Die sieht man so scheiße. Auf welcher Seite bin ich jetzt? Auf der Seite. Okay. Alter! Und jetzt, ich bin weg. Ich wollte däschen. Und hopp. Ähm. Und hopp. Alter! Hm, da ist das zwar... Ja, wow. Erwischt ihr mich da im Flug? Der Sack. Ich hab schon wieder einen Doppelsprung gemacht, was ich nicht wollte. Was? Ja, danke, Lack. Das war jetzt spitze. Scheiße! Äh, aber ich bin hier. Okay, dann ist ja wenigstens schon mal etwas. Oh, so, ist hier irgendwas außer den beiden da. Eine Heilung. Die bleiben konstant hinter mir, ne? Das ist echt geil. Ich will erstmal hier rein. Ach so. Hier gibt's nix, außer dass du hier dumm rumstehst. Okay. Wohin? Ah, in die Richtung. Okay. Okay. Und... Hier wo rein? Da. Hau ab! Du stinkst! Und du? Okay. Wop! Ähm... Da geht's weiter. Die ballern da unten munter weiter. Das ist... Naja, aber anscheinend kommen sie nicht hinterher. Geschafft! Hey! Hüter von Frosch und Fichte. Finde ich schön. So, was möchte Grinsekatze? Warte mal, geh mal ein bisschen... Ne, geht nicht. Ne, wir müssen hier stehen. Verstehen wir dann Grinsekatze noch? Na, wir werden's sehen. What? Ja, ich mein, Freiheit ist ja auch eigentlich das wichtigste Gut, ne? Habe ich da jetzt ne Nase gesehen? Da ist ne Nase. Kann ich die von hier aus? Nicht wirklich? Wie komme ich denn an dich ran? Wahrscheinlich grüße ich hier gleich weiter oder so, ne? Was sagt denn mein Leben? Ja... Was sagten irgendwelche Hinweise? Die Jungs da nerven so ein bisschen. Ach, wir sind schon fertig. Ich war jetzt gerade so am suchen, ob hier noch irgendwas ist, was mich interessieren müsste. Ähm, okay. Kann ich die jetzt ein oder muss ich noch näher? Wow, hat geklappt. Jetzt ist da ein Fächer rumgeschwenkt. Okay, hoffentlich habe ich da jetzt nicht zu früh gegen geschossen. Ähm... Ab. So. Und von hier aus? Darüber? Da ist... Na, das wird von da aus sein. Alter Verwalter. Was ist das da hinten? Eine Erinnerung? Wenn ja, wie komme ich da hin? Weil hier ist ja, ähm, nicht wirklich eine Zwischenstation, ne? Ähm... Habe ich das jetzt mit der, mit der, mit der Nase da vergeigt? Weil da hoch komme ich ja nicht. Hm. Da ist auch ein Zähnchen. Ah. Ja, gut, dass ich hier runtergesprungen bin. Ach so, okay. Wow. Ja, gut, da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht, ne? Ähm... Ähm... Da? Da käme ich rüber, ja. So. Dann noch da. Warte. Wow. Das ist nur zum Zähnchen holen, behaupte ich mal. Ah, da kommt was runter. Okay. Hol ich mir das Zähnchen da? Ah ja, komm. Jedes Zähnchen zählt. Obwohl, wir haben schon so viele, glaube ich, vergeigt. Ähm... Ähm... Wo war er? Da. So. Da drauf. Dann kommen wir da zur Erinnerung, hoffe ich. Ist hier noch was? Hm. Scheint sehr windig hier zu sein. Allihoop. Ey, die machen aber Krach. Guck mal, hier hörst du bis hier hin. Als Papa mir Hausarrest gab, bin ich das Spalier runtergeklettert. Der Ast ist wie eine Brücke. Dann ist es nicht mehr tief. Verpetzt mich nicht, Alice, oder wir sind keine Schwestern mehr. Als ob ich dich verpetzen würde. Für was hältst du mich? Äh... Hopp. Von hier aus nach da. Auch da drauf, würde ich sagen. Höh... Oh, okay. Welchen von den Fächern habe ich denn umgedreht? Das ist... Pst. Naja, egal eigentlich. Hauptsache, wir kommen weiter. Boop. Und... Hopp. Verlassen? Jawohl. Ich hatte jetzt so ein bisschen Muffen, dass das falsch ist. Äh... Ja, komm, da müssen wir hinkommen. Jawohl. Da geht's zu einem Fläschchen. Okay. Machen wir das. Hinein. Hink. Prost. Und hier kommen wir auch... Ah, hier kommen wir auch direkt hoch zu dem Zähnchen. Was ich da eben gesehen habe. Ah... Nach da weiter. Hinweise, 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 Hinweise. Ist aber schwach zu sehen. Ähm... Ist das hier ein Luftstrom? Ah, ja, wirklich auch schwach zu sehen, ne? Mein lieber Mann. So, da drauf. So, da drauf. Von hier. Darüber. Sieht so aus. Ah, okay. Irgendwas verpasst hier. Nö. 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 So, klappt. Ähm... Grinsekatze? Grinsekatze? Hm... Hopp! Grinsekatze! Ah, äh... Ah, äh... Das könnte interessant werden. Hä? Wo ist Grinsekatze? Hm. Da war doch das Grinsekatze-Symbol. Und ich habe Taste gedrückt, wie verlangt. Aber kommt nichts. Okay. Ist mal... Nicht schlecht. Ähm... Alter. Dass das so weit geht, habe ich nicht mit gerechnet. Ähm... Lass mich doch mal umgucken. Trifft das mich hier auch schon? Nö. Mal da erst mal hochgehen. Hier mal so gucken. So, so, so. Okay, hier kommt man nicht weiter. Bist du sicher? Ja, aber gerade so. Da könnte man wahrscheinlich rüberspringen. Aber ich will ja natürlich zu der Erinnerung da hinten. Ne? Das ist ja klar. Ja. Ja. Zwei.